Der südkoreanisch-amerikanische Mathematiker Junho hat als erste Person koreanischer Abstammung die Fields-Medaille gewonnen. Der nächste Preisträger ist Junho von der Princeton University, hieß es bei der Verleihungszeremonie in Helsinki. Junho, Professor an der Princeton University, wurde mit der Fields-Medaille ausgezeichnet, die alle vier Jahre für hervorragende mathematische Leistungen vergeben wird. Ho sagt, er glaube, dass er in Vertretung der Kollegen ausgezeichnet worden sei. Daher fielen ihm viele Personen ein, denen er dankbar sei. Es ist das erste Mal, dass ein Mathematiker koreanischer Abstammung die Fields-Medaille, den Nobelpreis der Mathematik gewann. Junge Mathematiker brächten viele wunderschöne Ergebnisse hervor. Seine Forschungsergebnisse bildeten nur einen winzigen Teil davon, sagte Ho. Er wurde für viele Leistungen in der algebraischen Geometrie anerkannt. Beispielsweise konnte er einen Beweis für ein schwieriges mathematisches Problem aus dem Jahr 1968 erbringen. Für ein Problem, das mehrere Jahrzehnte lang ungelöst bleibe, sei in den meisten Fällen eine völlig neuartige Herangehensweise nötig. Das Gefühl, einen noch nie zuvor betretenen Ort zu erreichen, mache sehr süchtig, sagte er. Ho wurde in den USA geboren, besuchte jedoch in Südkorea die Schule und machte dort auch seinen Masterabschluss. Kim Jong-Hun, Professor an der Seoul-National-Universität, sagte, Ho habe die algebraische Geometrie und die Kombinatorik, zwei auf den ersten Blick nicht miteinander zusammenhängende Gebiete, miteinander verknüpft und viele schwierige Probleme lösen können. Die Fields-Medaille ist nach dem angesehenen kanadischen Mathematiker John Charles Fields benannt und wird seit 1936 vergeben. Vielen Dank.